Ich war ja jetzt zwei Wochen in Amerika und als ich in Las Vegas war, konnte ich es nicht lassen, nachts meine E-Mails zu checken und auf Facebook hat mich jemand angeschrieben. Das passiert relativ oft in letzter Zeit und derjenige hat aber geschrieben, dass er meine Facebook-Seite gefällt und so weiter, aber auch kritisch, dass er gesagt hat, Herr Wolf, als Deutsche Vermögensberatung arbeiten Sie ja nur mit wenigen ausgesuchten Partnergesellschaften zusammen, zugegebenermaßen gute Gesellschaften, aber eben nur wenige und können also nicht quasi den ganzen Markt abbilden, wie ich denn dazu stehen würde. Und habe ihn vorhin angerufen, weil ich wiederkam und ein bisschen Jetlag hatte und da war er auch sichtlich überrascht, aber hat mir seine Telefonnummer dazu geschrieben, also sollte man damit rechnen, dann sage ich, wenn Sie das Ziel haben, einen wirklich guten Kuchen zu backen und Sie sagen, ich will, dass der auf jeden Fall gelingt, was machen Sie denn da? Sagt er, naja, dann suche ich mir ein gutes Rezept und dann mache ich das dann eben genau so, wie es da drin steht. Okay, okay, und was steht dann da so drin? Ja, was weiß ich, sagt er, so und so viel Eier, so und so viel Milch, so und so viel Zucker und so und so viel, was weiß ich was. Mhm, okay, und sonst steht da nichts drin. Sagt er, wie, was meinen Sie denn? Sag ich, naja, von welcher Firma der Zucker sein muss oder von welchem Huhn das Ei ist oder von welcher Kuh die Milch ist. Sagt er, nee, natürlich steht es da nicht drin. Aber warum denn nicht? Sagt er, wortwörtlich, ja, weil das für den Kuchen, für das Gelingen des Kuchens nicht wirklich wichtig ist. Mhm. Dann haben Sie sich im Prinzip die Antwort darauf selbst gegeben. Wir brauchen nicht drüber sprechen, glaube ich, dass eine gewisse Qualität wichtig ist. Aber so ist es eben auch beim Vermögensaufbau. Damit das Ziel oder die Ziele garantiert erreicht werden, ist die richtige Mischung, also die Dosierung der einzelnen Zutaten viel wichtiger als das Produkt selbst. Die Kollegen Makler mögen mir meinen freundlich gemeinten Hieb nicht übel nehmen, wenn ich sage, es gibt natürlich Leute, die sagen, ich habe mir ganz viele Eier zu vergleichen und das Ei ist ein bisschen besser als das und das. Das mag schon alles sein. Aber eben für das Gelingen des Rezeptes ist es nicht wirklich wichtig. Und wer mag das schon zu beurteilen bei so vielen Eiern, welches denn da wirklich das Beste ist? Und in unserer Branche, wer mag denn zu beurteilen oder heute zu wissen, welches Produkt denn wirklich das Beste war in 15, 15, 20 oder 35 Jahren? Weil wir wissen doch heute überhaupt nicht, welche Entscheidungsträger in 5 Jahren eingestellt werden. Also das Entscheidende damit, du zu deinem Ziel kommst, ist die richtige Rezeptur. Und die gibt es eben bei uns. Sonniges Wochenende und guten Appetit. Und die gibt es eben bei uns.